Was ist die Oper von Richard Strauss? 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 Ich versuche eine Oper so in Szene zu setzen, wie es für mich natürlich und authentisch ist. Ich möchte mich dabei nicht selbst überwinden müssen oder mich irgendwie verstellen oder kaltschnorzig und künstlich arbeiten. Elektra ist mir wie auf den Leib geschrieben. Es sind unglaublich viele komplizierte menschliche Beziehungen. Mich interessiert es einfach, in diese komplexen Verhältnisse einzutauchen, da herumzuwühlen. In diesem Stück gibt es kein Entertainment, nichts Äußerliches, nichts Nebensächliches, nichts Zufälliges, nichts Zweitrangiges. Alles dient dem Drama, alles ist sehr konzentriert, sehr intensiv, aber auch knapp. Es ist ein vollkommenes Werk. Es gibt hier keine überflüssige Note, keine unnötigen Entwicklungen im Sujet. Ich kann sogar sagen, es ist eine leichte Oper für mich als Regisseur. Sie erzählt gerade das, womit ich mich gerne beschäftige. Schwierige, ja sogar schreckliche menschliche Beziehungen zu ergründen. Elektra ist wie geschaffen für eine solche Interpretation. Mich interessieren hier weder das spritzende Blut, noch zerstückelte Körperteile. Wir arbeiten mit ganz klaren Mitteln. Das Orchester ist hier das Wichtigste. Die Sänger begleiten es sozusagen, sind Teil der gesamten Faktur. Und diese Faktur ist großartig ausgearbeitet. Das Orchester ist ja riesig, obwohl es eigentlich nur eine Kammeroper ist, mit nur wenigen Figuren. Es ist spannend, all die Nebenstimmen und die Motive zu verfolgen, die irrlichtern und wieder verschwinden. Das alles ist eine sehr große Freude für mich. Wir haben einfach ein Milieu nachgezeichnet, in dem wir unsere Geschichte erzählen wollen. Und es wahrheitsgetreu abgebildet, wie ein Filmset. Wenn ich mich mit Familie beschäftige, dann jedes Mal unterschiedlich. Ich habe kein spezielles Statement, was die Familie angeht, unabhängig vom Werk Elektra. Was ich darüber persönlich denke, bleibt verborgen. Ich sage nicht, die Familie wäre das Böse, die unendliche Qual, die Hölle, die sich Menschen gegenseitig antun. Die Familie ist ein Modell, um eine Geschichte zu erzählen. Es ist ja wunderbar dargestellt. Diese Oper ist wunderbar geschrieben. Hier ist alles klar. Ich habe es leicht hier. Viel leichter als in anderen Opern, wo man lange grübeln muss, warum sie jetzt plötzlich tanzen. Oder sich irgendwelche Wunder ereignen. Die Familie ist eine sehr gute Startsituation, um darüber zu erzählen, wie Menschen, die viele Jahre miteinander verbringen, sogar nahe Verwandte sind, keinen Weg zueinander finden, warum sie ihre Beziehungen, ihr Zusammenleben zur Hölle machen und warum sie dem nicht entfliehen können. Warum versinken sie immer tiefer in den Hass bis zu einem absoluten Ende? Warum verstehen sie nicht, dass das Leben so kurz und so schnell vergangen ist und dass diese von ihnen geschaffenen Beziehungen am Ende ihr Leben gewesen sein werden? Warum entkommen sie diesem Teufelskreis nicht? Diese Fragen sind schwer zu beantworten und das Theater, wie jede Kunst, soll keine Antworten geben, sondern Fragen stellen, denke ich. Das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja nicht in der deutschen Sprache drin, aber ich arbeite mit einer peniblen, genauen Übersetzung, die alles berücksichtigt. Die Oper ist sehr nah am originalen Stück komponiert worden. Es war wichtig für mich, gerade die Fragmente zu analysieren, die nicht ins Libretto aufgenommen wurden. Einiges am Konzept für die Oper wird gerade durch diese ausgelassenen Stellen korrigiert und klargestellt. Denn die Motivation der handelnden Personen war in der Oper für mich persönlich nicht immer ganz klar. Und so hat die Lektüre des Stückes die komplette Analyse möglich gemacht. Ich beschäftige mich viel mehr mit dem Inhalt und nicht mit dem sprachlichen Stil. Das sage ich ganz offen. Und für mich ist es wichtig, etwas über den Autor zu begreifen, nicht nur dieses eine Stück, das ich inszeniere, sondern auch seine anderen Texte aus derselben Zeit zu lesen und auch zu erfahren, was in seinem Leben passierte und alles in einem breiteren Kontext zu erforschen. Nach und nach lernte ich so einen großartigen, bedeutenden Autor kennen. Ein Punkt noch. Das Verhältnis zwischen Elektra und Ägist ist im Opernlibretto nicht ganz klar. Wenn man das Schauspiel liest, dann findet man in diesem Verhältnis ein großes Drama, ja sogar ein Trauma, das zum Trigger für viele Handlungen von Elektra geworden sein könnte. Warum das ins Libretto nicht aufgenommen wurde? Ich weiß es nicht. Vielleicht lag es an der damaligen Zensur. Ich fühle mich absolut wunderbar. Ich war in der Auswahl der Besetzung beteiligt. Alle fünf Protagonisten, drei Frauen und zwei Männer, haben schon früher mit mir gearbeitet. Deswegen kenne ich sie alle. Ich weiß, was ich von ihnen erwarten kann, was sie können und was sie zu riskieren bereit sind. Wir vertrauen uns sofort gegenseitig. Diese Probenzeit war sehr glücklich für mich. Ich sage das, obwohl die Premiere erst noch kommt. Ein solches gegenseitiges Vertrauen ist selten im Opernbusiness. Alle, die hier arbeiten, bewegen sich in einer gemeinsamen Richtung. Wir sind zu einem Ensemble geworden, was eigentlich in einem Repertoire-Theater sehr selten stattfindet, seltener als etwa bei Festivals, wo man die unglaublichsten Sachen machen kann. Ein Repertoire-Theater ist ja sozusagen eine Fabrik von Produktionen, Wiederaufnahmen und Neubesetzungen, was ich eigentlich persönlich nicht so gern habe. Aber hier, in diesem Fall, ist eine einmalige Situation entstanden. Deswegen kann man mit ihnen unglaubliche Sachen machen und auch auf Risiko gehen. Wovon ich träume, was ich mitnehmen darf oder mitnehmen kann? Wir wollen sogar noch zwei Produktionen zusammen machen. Ich will jetzt also nur von einem Schwesternstück sprechen. Das wird auf jeden Fall Richard Strauss sein. Vielleicht nennt man den Titel aus Aberglauben nicht, aber alle wissen, wovon ich spreche. Es ist natürlich schön, wenn man nicht einfach nur eine Produktion macht, sondern eine gewisse Strategie auf Jahre hinaus aufbaut, sodass man an einem Ort mit einem Team zusammenarbeitet und sich mit dem Werk eines Komponisten und eines Autors konsequent auseinandersetzt. Ich träume eigentlich davon, dass wir bei allen uns bevorstehenden Produktionen und Projekten diese Atmosphäre und diese Qualität des menschlichen und des schauspielerischen Kollektivs beibehalten können, die wir hier erreicht und geschaffen haben. Wenn uns das gelingt, dann wird uns alles gelingen. Damit meine ich nicht nur die Sänger, nicht nur das Ensemble, ich meine alle zusammen, alle Menschen, die mitgearbeitet haben, alle gemeinsam.